guten morgen hier ist wieder das chaos ausgebrochen oh mein gott so ich setze hier und schneide für euch den blog von gestern zusammen und heute sonntag ich habe schön lange geschlafen also eigentlich sehr kurz geschlafen und dann war ich wach habe ein bisschen auf computer gearbeitet und habe mich tatsächlich noch mal hingelegt der luxus pur jetzt schneide ich für euch den blog von gestern danach gehen wir kurz raus spazieren vielleicht mal sehen wie das wetter dann ist sieht ein bisschen so aus als wenn es sich ein bisschen zuzieht und dann ist der tag schon wieder um wieder ein bisschen am computer arbeiten das ist so mein täglich geschäft und das war's und dann sind wir uns entweder nach jenama wird falls was interessantes passiert oder eben morgen im laden so meine neuen schuhe hier waren was andere ich bin mal mutig gewesen hab ja einfach den gleich nochmal geholt jetzt zum zehnten mal glaube ich halte es ja nicht dass du die zehn jahre trägst sondern seit zwei jahren und so zwei drei jahre trage ich schon pro jahr zwei paar schuhe sagen wir mal davon gut geht los guten morgen über uns wird der boden abgeschliffen und man ist hat heute prüfung das ist fantastisch das sind zwei dinge die sich gut miteinander vertragen alle von zu hause aus ja wir müssen ja jetzt hier arbeiten alle von zu hause aus mehr oder weniger ich habe gott sei dank mein laden und dann nur katzum miete wenn ich noch fahrräder hier zu hause schrauben müsste das wäre nicht so gut und ja achim ist im laden genau deswegen weil die mutter heute prüfung hat bin ich zu hause pass auf die kinder auf wir werden aber nachher rausgehen weggehen nein nein ich lasse es rausgehen weit weit weg far far away damit die mutter wirklich wirklich ruhe hat vor die ganzen kinder quatsch hier und ona bleibt hier und ona bleibt hier äh nicht ona bleibt quatsch ona kommt mit die kommt oben mit die arme kann ich die mama kann nicht zwischendurch irgendwie hier so eine runde machen das ist ja nicht so wie die alle schreiten jetzt seht ihr mal wie das ist den lehrerjob zu machen oder so wir haben ja nicht nur den lehrerjob wir haben noch unsere jobs und dann haben wir noch einen kitajob in unserem fall müsste kita ersetzen lehrer schule ersetzen und das auf zwei klassen und noch einen job nochmal so natürlich doch der wollte jetzt ein versprechen von mir dass ich jetzt schaffe seine arme aufzumachen und anzugucken das ist doch quatsch der geht nicht, kann ich die machen also haben wir die prüfung gemacht jetzt ist die in der pause wir waren in malo in der zeit mit den kindern mit einem erklärung berlin rumgefahren damit hier ruhe ist der kollege der um die böden abschleift hat kurz ausgesetzt anderthalb stunden ist auch total nett von ihm das steht nicht, wenn du dich von der hause aus machen musst dann so eine prüfung und dann voll konzentriert stand auch jedes mal da, weil das ja auch viel mit zwei reaktionsdings war konzentrieren sich, lass sie sich jetzt nicht ablenken weil ähm, du musst es echt ganz genau gucken es war wirklich ganz viel mit Schnelligkeit und Kind, also hast du dich am Computer gemacht? und dann sonst an den da? ne an dem kleinen aber ich dachte dann funktioniert das nicht dann wissen doch hab ich's gemacht so, ich dachte mit dem Zoom ja aufpassen nein, ne die Kamera funktioniert nicht funktioniert irgendwie eine sperrenste ich geh runter, unten ist der Horror und wir arbeiten Papa Lu und wenig mehr, dann kannst du ihn essen nein, das schaff ich jetzt nicht mehr mach ich dann nachher ja dann komm noch runter, halt jetzt wird das das hier, das hier das hier infiziert, infiziert gell mal guck mal, ich hab hier DVDs so 70er und der Maske, ok? bist du bescheuert? die Masken sind teuer 10er kosten die 10er 10 Euro ist schon schlimm genug ok ne, aus, du nimmst die Finger weg ne, wir sind ja alle infizierte ne, jetzt nimmst du die Finger weg komm, eh ne eh ne, zwei cool, danke rönig K ach du scheiße 50 Zeilen also bis zum K ist die erste Nummer bis zur 15 ist die zweite Nummer ich musste trennen Ks erste Nummer bis zur 15 ist die zweite Nummer ok 3 5 3,5, ok nicht 8,5, sondern 3,5 3,5 5,5 genau gut gekauft möcht ich mal behaupten ne S-Wenn-Narbe ne G8 mit Scheibe mit Scheibe und Keil äh, ja Keil und Riemen Keil-Riemen ja also Zahn-Riemen nix Keil-Riemen aber irgendwas stimmt nicht mit der Narbe wie gesagt die schnappt nicht mehr richtig zurück äh, äh ja ja nix Keil-Zoch also na den Zug hat geradeaus gehangen ach so weil er daneben schlackert ne aber er geht nicht zurück hier er geht nicht weit hier noch zurück ja äh, wie siehts aus den Shellaf-Platten alter alter ne ne fangen wir mal an na 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 würd mal sagen als erstes so weit wie Abrechnung da liegt viel Müll, wa? oh er hat trotzdem schon geschlafen ja fein bist du deswegen so gut drauf? mhm super super ich hab ja da angerufen bei diesen nach der Prüfung nach dem Tag wo ich die E-Mail schicken soll ne da meinte sie naja ich krieg eigentlich eine Bestätigungs-E-Mail noch wenn das eingegangen ist aber ich hab keine bekommen kannst du auch mal angerufen ich hab jetzt den ganzen Abend gewartet kaum gar nichts heilig ich ruf mich morgen wieder an oh oh keine Dinger warum machen wir das nicht hier? ha ja genau ha ha ja hier lags dann aber nicht ja ist voll ah ich dachte vielleicht frucht noch ein bisschen ich muss angerufen werden möchten ja hallo der Tommi aus dem Fahrradladen hier ja 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 der Tommi hier aus dem Fahrradladen ich dachte ich spreche mit dem Kunden persönlich das alles ab aber naja so ist das nochmal hab ich weitergeleitet an die Euroinstanz äh ja Rat ist fertig ok alles klar dann bis morgen ab 12 ja bis dann tschuld du lebst noch das Problem ist dass es sich halt so geil fährt dass ich es jetzt unbedingt haben will ich hasse dich ey ey was ich hab keine Ahnung das ist der Hammer weil die Scheitern ist so geil wirklich was machen wir jetzt? ja gib deine Uhrenzahlung was willst du denn mit meiner Uhren? gar nichts eigentlich aber ich meine das ist das einzige was mir einfällt ja hallo der Tommi hier aus dem Fahrradladen ja hallo ich wollte ich wollte Bescheid sagen erstmal bevor wir hier was bestellen dass diese Narbe dieses Hinterrad kostet mit Einbau und Zubehör und dem Schalter also alles so wie man es einbaut kostet knapp knapp 300 Euro wegschmeißen genau hab ich dir gesagt wegschmeißen was ist los? das lohnt sich doch nicht nein wenn du sowas gebraucht finden kannst dann holst dir aber eben nicht neu auf keinen Fall ich müsste bestellen und ich bin dabei bei 200 und 40 circa Material plus Arbeit das lohnt sich nicht bist du bei knapp 300 runter ok alles klar wissen wir Bescheid ja bis dann tschau tschau nächste erledigt ja war klar oh man alter was geht denn ehrlich wegschmeißen alles klar wegschmeißen wegschmeißen ja darf man das Problem bei ist bei solchen Rädern die kosten ja neue gar nicht viel da man ja keine 500 Euro mit Bremskosten reinstecken Bremsbeläge Bremszüge Bremshebel wir rufen an ja hallo der Tommi aus dem Fahrradladen ja hallo ich stehe jetzt hier gerade vor dem Fahrrad ein bisschen ratlos ich weiß jetzt ja nicht steht zwar hier drauf neue Kugel neue Bremsen Gangschaltung aber weißt du welchen Umfang das haben wird oder bist du ok also du weißt schon das jetzt schon ein bisschen ein bisschen was kostet Problem mit Hauptaugenmerk hier für mich liegt definitiv auf der gesamten Bremsanlage weil da sind beide Züge zu tauschen beide Hebel zu tauschen und die Bremse halt an und für sich diese Bremsbacken sind runter also im Grunde genommen die komplette Bremsanlage das einmal zu tauschen bei der Kurbel da weiß ich gar nicht da würde ich einfach nur die eine Seite die jetzt defekt ist die würde ich ersetzen sozusagen mit einer gebrauchten auch im Grunde genommen das so irgendwie das eben funktioniert naja gut also das weiß ich wohl nicht aber das kostet jetzt nicht so viel das ist doch ein Anteil von irgendwie 20 Euro weißt du und dann hast du den Rest eben gut für deine für deine Bremsgeschichte ok ok alle klar ich seh schon ist ein bisschen fest also ist das im Grunde genommen auch ein Zugproblem erstmal also den Zug auch erneuern ja da kommst du denn ok na gut dann weiß ich gar Bescheid das kostet weil dann dann kann man das auch machen weil aber die meisten Räder hier ist ja minimalinversiv und so ne ok alles klar dann weiß ich Bescheid ich rufe an wenn ich durch bin ja aber dauert einen Moment also ja bestimmt ja also ihr weiß Bescheid das kostet damit kennt ihr sich aus ok liebe Leute dann haben wir jetzt hier einen Auftrag den ich euch vielleicht intensiver ein bisschen zeigen kann und zumindest die Vorbereitung zu diesem Auftrag und zwar nehme ich jetzt das Ding hier auseinander bei diesem Rand ist so ziemlich alles zu machen eigentlich aber wir beschränken uns auf die wesentlichen Sachen wie die Bremsanlage erstmal erster Linie die kommt ab da bestellt dann kleine neue die Tretkurbel hier ist zu ersetzen das machen wir auch und Bremsanlage, Bremszüge, Bremshebel heißt das also sprich den Lenker nehmen wir auseinander alles runter alles weg ich fange an das mache ich jetzt noch und dann haben wir drüben noch ganz viele Räder wo ganz viel gemacht werden muss weil ich gar keine Ahnung habe wie man das jemals schaffen soll so so leh jetzt leh Mensch jetzt ist aber angefixt mit dem Rad der arme Kerl ey ganz verwirrt ich will ja seine Uni verkaufen erstes hat er mir angeboten jetzt noch nicht da retter das Problem nicht ich habe am Donnerstag einen Termin in der Stadt der wäre auch cool wenn du da wärst weil ich kann den Besuch in der Beamer ja so kurz wie möglich gestalten also ich mache dann heute immer eine Kolos Schraube hier wird jeder Fahrrad gleich behandelt ob das Schrott ist total oder nicht ob das Triumph ist hier von Stada High Quality Cruiser Triumph oder nicht jeder Rad wird hier gleich behandelt mit gleicher Liebe, Respekt etc und wenn es ein McKinsey ist aber man kann nicht jeder Rad perfekt reparieren das funktioniert auch nicht muss man noch sagen es gibt halt Räder die von der Basis her so schlecht sind schon vom Material dass es einen schüttelt trotzdem versuchen wir es und steht man denn hier noch so um 9, 10, 11, 12 bis um 3 bis um 3 das war das längste was ich mal morgens die Standard hier im Land und die Schraubtauer meine Herren Wandelzeiten und der Kollege hier dem die Draht gehört der meint er mag das Rad das ist kurios warum sieht man nicht den Rädern nicht an dass die gemacht werden ich weiß es nicht ich verstehe es nicht wenn man das Rad mag dann sieht das doch nicht so aus aber jetzt fällt vielen Leuten ein und auf Mensch das Rad war eigentlich auch nicht so schlecht jetzt muss ich es brauchen jetzt wird es investiert endlich wenigstens jetzt ich liebe es so ne alten Räder aufzubauen wenn man das komplett machen darf und nicht nur ein bisschen hier ein bisschen da dann macht das ja sowas Spaß wenn ihr da ankommt und sagt mach mal nur so ein bisschen das muss ja nur ein bisschen bremsen das muss ja nur ein bisschen fahren das muss ja nur ein bisschen dies ein bisschen das dann verweigere ich die mal sagen das möchte ich nicht machen so ein bisschen ist so ein bisschen auch für ein A muss auf meine Ausdrucksweise achten weil diese Vlogs man muss jetzt auf YouTube selber schreiben wie man seine Vlogs bewertet also wenn man das böse A-Wort sagt und so weiter vulgäre Sprache leicht vulgäre Sprache dann muss man das angeben so das normale darf man nicht mehr sagen mit einer voll der Riegel vorgeschoben wenn man sich so ärgert und man sagt piep oder piep oder piep piep alle zensieren wollen sie das ausrotten das ist doch kein Virus so zu reden das ist doch Quark muss doch reden können wie man will das ist doch machbar sein das war nicht in Nordkorea hier oder? ich befreie jetzt hier diesen Stift von dem ganzen Rost diesen Bremssockel hier und ich werde jetzt gleich ein bisschen in Fett einlegen und keine Ahnung 9, 10, 11, 12 wann sollen wir denn aufmachen? wir richten uns ganz nach der Kundschaft hast du gehört? wir richten uns ganz nach der Kundschaft das ist immer der beste, wa? gut also um 12 ist auf jeden Fall jemand hier wenn du dann bloß noch hier deine Länger eingestellt haben möchtest also ein bisschen weiter nach oben da warst warum lassen? Tennisarm das war ein bisschen schwierig Tennisarm Tennisarm Achim und so ein Tennisarm 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 So der Linke hab ich jetzt so wie oder weniger gerade hier auf wie täuscht man denn hier den Zug ohne dass das auseinanderbricht wieder ja warte mal in den zug und schieb ihn so weit nach oben bist du alles siehst wie dass ich alles sehe hier ist ja nicht bei dem ding knack hört sich schon mal nicht gut an das ist aber auch in ordnung so das ist noch dran aber man nicht zu alt werden denn sie sind natürlich nicht gemacht jetzt ist mir natürlich jetzt plastik runtergefallen das hier ist das genau die sind natürlich nicht dafür gemacht zum tauschen da braucht es schon ein bisschen mit ein berechnet dass es denn doch mal sollte schon kaputt gehen so jetzt brauchen wir hier so ein kleines zugröste bitte nicht verrottete zugröste die jetzt so klein abbrechen wie sie so können hat sich frei aus so kommen schon getauscht schon dran haben wir noch eine abdeckkappe hier oder war ich so haben wir schalter ist reanimiert hat ja schon die 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 Achtung Achtung das ist schon geil manchmal aber leider nicht komplett drauf auf kamera macht schon spaß die gleichen griffe die griffe mache ich weg gut das ist wie es ist feierabend das ist ja auch feierabend jetzt hier ne also gute nacht schlaft gut das ist ein ding also bis dann ciao